On the last episode of Dragon Ball Z Du wirst unbefieber sein Du wolltest nicht mit singen Ja warte, das ist das falsche Gerät OHHHHH Was ist die behindert? Oh mein EIN Das ist racist, guckt es euch bitte nicht an OHHHHH OHHHHH Südaf-ri-ka OHHHHH Ich bin irgendwie auf dem Tabett aufs Rück gekommen und da ist die Fotze von Erin, die Freunde, die Susi irgendwas OHHHHH OHHHHH Sie mag sie nicht, ich weiß nicht warum OHHHHH Hasipups hat den Raum getreten, ich sterbe jetzt OHHHHH OHHHHH Die Fotze, ich mein's ja nicht böse Ich bin ja an Fähnungen Du meinst es ja nicht böse Ich bin dafür, wir schmeißen Stoney mehr Honi raus Was ist das? Hat er's geerraten? Ah, okay Ich will ja jetzt sagen, aber ich hab 4000 Punkte Und wir schmeißen die Snigelfahrt auch raus OHHHHH LUSBECACKYM Zeige uns allen, was du kannst Bekack dich Bekack, you Bekack Ein lila Flanelläppchen? Äh, Germany like money if you're French Frankreich Frankreich What? Franzose Malerei Bild Du kommst ungefähr hin BUS LASP 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 NOOOOO LASP 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 довольно und denkt, oh, Polystree war eckig. Oh nein, Hasipoop. Poop. Ja, ich bin auch. Sprechstunde. Nach allem, was wir erlebt haben. Hier bitte diesen Zoom drauf und... Ja, das mach ich. Hasipoop hat den Raum getrennt. Hat Hasipoop überhaupt mitgemacht? Nein, er hat nicht immer geraten. Oh. Hast du Judith schon dein grausames Geheimnis gezeigt? Nein. Was ist der Penis? Mein Penis? Fast, ja. Fast. Käufer. Ach, kackwurstiges Kack... Kacke. Seriöse Account. Oh je, ich bin dran. Und schon wieder hab ich ein kackiges Kackwort. Wurst. Jetzt weiß ich auch, wie sie heißt. Uzi. Wenn man das sieht, dann fällt es einem auch sofort wieder ein, ne? Ist das nicht schön? Es ist wunderschön. Oh. Oh mein Gott. Ach, Mann. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich mag Susi voll. Ihr seid scheiße. Die einzige, die Scheiße ist, ist... Picaqiu. Picaqiu malt. Oh ja, Picaqiu malt. Lass mich raten. Es ist... ein... Rai-Chu. Lass mich raten, wer malt. It's beautiful. Oh. Modell? Fragezeichen? Ist das das erste Wort, was ich erraten hab? Hab ich das überhaupt erraten? Erotisch. Das war echt erotisch, ein bisschen. Danke. Warum hat er Kacken geschrieben? Gotta go fast. Ja. Oh, ich dachte gerade, what? Ich hab so jetzt Sonny geschrieben. Fanny. Get a go fast. Gotta go fast. Gotta go fast. Haben wir auch Panty Orton drin? Panty Orton? Panty Orton. Randy. Das ist Randy. Das ist Panty. R, P, Y, Z. Ist doch alles das gleiche. Ching-Chang-Chong. Chinesen. Polen. Russen. Polen, Russen, Chinesen. Oh, er malt Pikachu! Das sieht rassistisch aus, möchte ich mal kurz anlegen. Alle raten mit. Yay! Vielleicht malt er auch nur irgendwas? Oh. Er denkt sich so, ich mal auch mal ein bisschen Scheiße, wie ihr Pikachu. Was? Warte, was? Schon wieder das? Nee, das wird's nicht sein. Gras! Okay, also das ist Gras. Gras. Hä? Gewürze! Oh! Das ist doch behindert. Aber supergut! Aber supergut! Das war supergut! Das war schon fast schön. Wer war da? Oh, Bill is in my hole. Na gut. Okay! Okay! Akzeptiert. Erstmal rauswerfen. Because of racist activities. Sagt Miss Südafrika da hinten. Das ist racist! Guckt es euch bitte nicht an! Südafrika! Deswegen hab ich aufgerämmt. Ich sag gar nicht als Pikachu. Ich weiß gar nicht, ob man hier in ist. Bewässern? Was? Hä? Losschmeißen! Unfair! Oh, ihr habt mich rausgeschmissen, die Arschlöcke! Nee, ich! Ich wurde gesperrt! Ey, habt ihr gegen mich gewohntet? Ich schwör mein Gott, ich hab ihn! Scheiße, du warst grad am Mahlen! Wir wohnen gegen den, der gerade mahlt! Oh, ehrlich? Was? Echte! Oh, scheiße, ich komm nicht mehr rein! Oh, ich hab nur noch gar nichts gemalt, die Arschlöcher! Was ist denn? Komm mit deinem, äh, Ding ins... rein! Nee, ich komm nicht mit meinem seriösen Account rein! Ich glaub, es hat... Ich guck gleich, ob ich wieder reinkomm, sonst müsst ihr den Raum nochmal neu aufmachen, ihr Arschgesicht, ja! Brandy Orden mal! Lass den rauswerfen! Oh, Mann, wie gut! Das ist sogar zu blöd, um jemanden zu kicken, ey! Auf der nächsten Episode von Dragon Ball Z! Darf ich nicht irgendwie was Ekliges malen oder... Ja, darfst du! Mach einfach! Lebe dich aus! Lebe deine Fantasien aus! Lebe dich aus! Ich bin wirklich trin', baby! Trin' zu hold on to this feelin' für so long! Und wenn du fühl... Wie! Lebe dich aus! Wie! 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 Kack!